Hi Leute, boah, ich könnte mich gerade wieder so krass aufregen, ihr scheiße Männer, tut mir leid, aber ich hab mal wieder einen Typen kennengelernt, ne, und da dachte ich natürlich, das wird was, aber Arschloch, ja, ihm ist ja eingefallen, dass er seine Ex-Freundin liebt. Wieso? Wieso knutscht ihr dann rum? Wieso könnt ihr Männer das? Andere Frauen lieben und andere Frauen küssen. Hallo? Ich könnt verzweifeln, ich bin echt ein Idiotenmagnet. Tja, ich werd wohl für immer Single sein. Ne, Quatsch, jetzt mal im Ernst, warum seid ihr so scheiße? Ja, falls ihr irgendwelche Antworten habt, bitte postet sie, ich check's nicht. Also ich freu mich auf eure Antworten, tschüss! Sie sagt, es geht bitte meine dicken Silikon-Titel, spür bitte auf meine Broterschliffen, sammelt Oto-Brille, ich sah einfach von ihr, sie ist just eine Pussy. Wie führe ich's mit sogar ein, kommt auf mich, auch wenn ich kein Geld habe. Erst wegen Travallor, glaub ich die E-C-Karte, ich seh die E-Klappe schon vor meinen Augen, doch muss sie jetzt verführen mit Vererbrenn und traubeln. Die rollt ihre Augen und weißt in meine Lippen samm Erst nach meinem Schwanz und ich knet ihre Jitten dann Sie darf nicht wissen, dass ich sie im Bauch was nennt Ich leckte gerade Schlagsahne von ihrem Bauchnabel Und sie wird raus, habt ihr Ausachtmen Wenn ihr nicht mehr kackt, ist deinem Pfannis, sie dürfen aufblasen Gleich weiß, Sex sehr billig ist, aber raus die Hand Ich lebe like zibi, bitch Like zibi, bitch, like, like zibi, bitch Like zibi, bitch, like, like zibi, das Like zibi, bitch, like, like zibi, bitch 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 Ich bin dein Pfannis und dein Pfannis, ich verpüße mich